Schock beichte von Kerstin Ott. Unbekannte wollen der Chartstürmerin ihr Geld abknüpfen. Eine einsame Kindheit in Pflegefamilien, Spielsucht und sogar kurzzeitige Obdachlosigkeit, Kerstin Ott, 42, hat in der Vergangenheit schon einiges durchgemacht. Und offenbar stellt das Leben sie bis heute immer wieder auf die Probe. Denn was sie jetzt schon wieder aushalten musste, ist unfassbar. Kerstin Ott gesteht, das ist schon Wahnsinn. Unbekannte versuchten, sich ihren Erfolg zu eigen zu machen und sich an ihr zu bereichern. Seitdem ich bekannt bin, habe ich viel mehr angebliche Familienangehörige, erzählt die Sängerin. Die melden sich bei mir, wenn irgendwelche Rechnungen bei ihnen ins Haus flattern. Das ist schon Wahnsinn. Zum Glück durchschaute der Schlagerstar die Betrugsmasche und antwortete nicht auf die Nachrichten. Schmerzlich dürften die Briefe trotzdem für sie gewesen sein. Denn wenn man, wie sie, lange Zeit nie eine Familie hatte, ist es umso bitterer, wenn Menschen plötzlich so tun, als wären sie Onkel, Tanten oder Cousins, nur für den eigenen Vorteil. Und wenn man, wie sie, lange Zeit nie eine Familie hat, ist es umso bitterer, wenn man, wie sie, lange Zeit nie eine Familie hat. Und wenn man, wie sie, lange Zeit nie eine Familie hat, ist es umso bitterer, wenn man, wie sie, lange Zeit nie eine Familie hat.